Hallo und herzlich willkommen zurück bei A Story About My Uncle. Wir sind hier ganz oben in der Eishöhle. Unsere Rocket Boots sind kaputt. Und wir müssen jetzt hier äh, ja, weiter nach oben den Signalfackeln folgen und hoffen, dass wir unseren Onkel langsam finden, denn wir kommen aus dieser Höhle nicht wieder raus ohne Rocket Boots. Die brauchen wir sehr dringend. So, ähm Da muss ich hin, so wie es aussieht. Hey, 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 hey! Morgen, Ami! Kann man ja Abkürzung nehmen. So, hier hin. Schade. Nee, nee, mach dich tot, mach dich tot. Danke. So, ähm Wo bin ich denn jetzt? Da oben ist der Weg, aber Ach, da muss ich wieder hin. Ach, hier! Den hab ich jetzt nicht gesehen. Das ist ja komisch. War da oben nicht ein Checkpoint? Den hatte ich doch mal nicht gesehen. Aua. So. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da Peile rauskommen. Die Frage ist nur, wo lang? Weil Ah. Ah! Man sollte sich auch umgucken, ne? So, jetzt können wir hier hoch umgucken. Da hoch. Da hoch. Ja, jetzt, das ergibt alles einen Sinn. Man sollte ein bisschen aufpassen, was man tut. Uh, da waren ja aber Stacheln. Die hab ich ja fast in die Fresse bekommen. So. Oh. Sehr schön. Danke. Sehr. Also. Ähm. Das ist doch aber jetzt nicht der gleiche Weg. Nee. Nee, das ist nicht der gleiche Weg. Ich wollt schon sagen, ich hab's jetzt irgendwie geschafft, äh, wieder runterzufallen, statt hochzuklettern, aber äh, das ist doch auch fies. Sieht alles gleich aus. Oh. How could Fred leave stuff behind everywhere? How much was he carrying? As I remember it, Fred wasn't that good at keeping track of all his things. Like you. Hey, it's not like you're any better. Sorry. Anyway, Fred counted on losing a few things on each of his journeys. He always brought more stuff than he needed. for a paddling trip we had. He brought so many life jackets. We could barely fit ourselves in the canoes. Isn't it hard to lose track of a life jacket? If you're wearing it. Ah, ha, ha, ha. Good point. I guess he didn't really think of that. sehr cool erzählt immer noch. Fuck. Einmal zu viel gedrückt. Ähm. Kacke. Und natürlich nach Gah. Diese Bestrafung. Ah. So. Jetzt komm. Hier hoch. Da hoch. Schauen wir noch einmal. Jawohl. Hier müssen wir... Es ist sehr... Es... Also... Level-Design-technisch hat sich das, finde ich, zu den ersten Leveln jetzt ganz schön geändert. Denn... Ähm... Ich weiß nicht. Es ist viel offener. Also am Anfang war es sehr linear. Und dann wurde klar gesagt, wo man hin muss. Und jetzt ist es zwar auch irgendwo noch linear. Aber es ist... Wir haben ja hier große Areale, wo wir langspringen können. Und natürlich brauchen wir genau jetzt... die Boots wieder. Huch. Ich weiß nicht, ob das geplant war, aber... Nehmen wir doch einfach den Weg, wenn er uns schon offen steht, ne? Ich glaube tatsächlich, dass es... Was denn? Nicht geplant war. So. Nein, nein, nein! Den grab ich noch sehr gut, Stefan. Sehr gut. Ist das jetzt nicht schon wieder der Weg von... Das ist doch wieder die andere Höhle, oder? Ich gehe doch gerade in die falsche Richtung. Ich sterbe mal. Das wäre jetzt echt... Das wäre jetzt doof. So. Habe ich jetzt meine... Ja, schon repariert. Sehr gut. Also. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Ob das hier zum Level gehört, oder... das halt ein... altes Level ist. Ein altes Level. So. Ne, tatsächlich. Ich glaube, wir müssen da lang. Ach, sieht genau so aus. Also. Und da war ein Checkpoint, den ich tatsächlich vorhin übersehen habe. Ich habe immer... Nein! Oh. Ich habe immer Angst, wenn ich meine Boots benutze, dass das dann voll der Fehler ist. Also, um mich zu retten. Ja. War es. Warum habe ich das gemacht? Egal. Eins. Zwei. Hä? Dann gehe ich halt hier hin. ... ... ... ... vorhin Ich bin gerade nicht so jahntsicher, aber das scheint, scheint so, als ob wir hier, oh. Ja, wir müssen tatsächlich hier rüber. Und es bricht alles ein. Das habe ich schon die ganze Zeit befürchtet, dass das passieren würde. Weil ich finde, diese Höhle sieht nicht ganz vertrauenswürdig aus. Äh, äh. Na komm. Aber, wir werden sehen. Komm, 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 komm. No! Es ist, es ist, boah, ich muss mich gerade so... Wo bin ich denn jetzt? Ach, schon wieder hier. Ich muss mich gerade so konzentrieren. Das tut mir ein bisschen leid, weil ich so wenig rede jetzt, aber... Ich hoffe, ihr habt da etwas Nachsehen mit mir. Denn wir wollen ja hier auch durchkommen. Ja, so auf jeden Fall nicht. Das habe ich vorhin schöner gemacht. Hui! Hüi! So. Äh. Hüpf. Stefan, du kannst nicht. Tra la 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 la. Ich fall immer tiefer. Hoppsa sa. Warum hat das denn vorhin geklappt und jetzt nicht mehr? Hä? Wieso komme ich dann nicht schnell dran? Pass auf. Hopps. Und Rocket. In Richtung oben. Ich komme immer noch nicht dran. Boah! Ey! Das ist aber... Das ist aber jetzt mies. So, komm. Kann ich noch einmal mehr schwingen? Schwinge ich bis an... ...den Stalaktit. Oder Stalagmit. Es ist ein Unterschied. Die einen sind von der Decke, die anderen sind vom Boden. Ich wusste es mal, aber jetzt nicht mehr. Toll. Jetzt hätte ich voll protzen können mit meinem supergeilen Allgemeinwissen. Ich weiß, was ein Stalaktit und was ein Stalagmit ist. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, vorhin sind unsere Rocket Boots da kaputt gegangen bei so einem Sprung. Und jetzt... Außerdem, wie alt sind wir denn? Zwölf? Keine Ahnung. Wie alt war denn der Vater da, als der da hingegangen ist? Auf jeden Fall ein Kind. Und der kann schon Schuhe reparieren ohne Probleme. So. Jetzt hat die Frage... Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Sofort. Spiel. Bitte. Please. Ist da oben einer? Nein. Aber hier ist ein... Oh. Oh. Ich hoffe, das heißt nichts Blödes. Wenn da so ein Drache ist. Stefan. Mach nichts Doofes. Warum ist denn hier kein Speicherpunkt? Wie fies seid ihr denn? Da muss ich mich gleich erstmal beschweren gehen, ey. Ach, danke. Das ist ja mega gemein. So. Äh. Oh. Ach so. Ach so. Nehmen wir die Plattform. Ist sicherer. So. Aha. Aha. Ich würde gerade sagen, der bricht doch wieder ein. Fuck. Es wird dunkel. Und ich weiß leider nicht wohin es ging. Sonst hätte ich es garantiert geschafft, weil ich so souverän bin. Mh. So. Also ich muss mir immer ein... einen aufbewahren für meinen äh, zum Aufladen ach man, warum zieht der denn nicht ok, ich hab aber auch nur einmal den den da, den Rocket Boots weil die sind natürlich leer, ne also ein zweites Mal geht nicht dooferweise so, komm, komm, komm weiß nicht wohin nein, 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 nein nein, 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 nein kacke und es sieht so einfach aus man denkt das ist kein Problem da grabt man halt ein bisschen da aber man kann halt nicht so einfach grabben wie das halt so aussieht manchmal ist man einfach zu weit weg so versuche ich das noch einmal dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder also das tun wir sowieso ich meine ihr wollt ja nicht das Finale verpassen was ziemlich sicher jetzt kommen wird man kann es auch souverän lösen so ist es und das werden wir in der nächsten Folge unter Beweis stellen bis dahin tschüss